Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin absolut fertig. Es ist 8.40 Uhr, der Karl schläft noch, deswegen gönne ich mir hier gerade schon meinen Kaffee und existier einfach nur vor mich hin. Ich habe leider nicht so lange schlafen können, das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen. Ich bin spät ins Bett gegangen und hätte jetzt bis vielleicht sogar um 9 Uhr schlafen können. Aber hier ist es unfassbar hell und deswegen konnte ich nicht bei so 9 Uhr schlafen und werde mir jetzt aber keinen Stress machen. Der Karl wird bestimmt gleich aufwachen und dann müssen wir mal gucken, was heute auf der To-Do-Liste steht. Nachher haben wir die Besichtigung für den Betreuungsplatz und ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal fertig machen, Haare machen, Schminken und alles. In der Zeit wacht er bestimmt auf, ich nehme meinen Kaffee mit ins Bad. Genau und dann, ja, mal gucken, wie gesagt, was auf der To-Do-Liste steht. Ich habe gerade überhaupt keine Peilung, wirklich nicht voll planlos. So, der Karl ist auch erwacht und wir sind jetzt am Frühstücken. Ich habe übrigens meine Haare und alles doch noch nicht gemacht, ich habe erstmal abgetrocknet und dementsprechend ist auch vor meinem Kaffee noch nicht so viel weg. Aber der ist echt, echt lecker. Kann ich eben zeigen. Das ist die zweite neue Sorte, die ich gestern geholt habe und zwar der hier. Ja, und jetzt habe ich wieder so viel Kaffee, dass das Ding, was ich dafür gekauft habe, was eigentlich eine Auflaufform oder so zum Zuglicken, so eine Dose ist, voll ist. Und die habe ich aber auch alle noch aufgemacht. Und die habe ich aber auch alle noch aufgemacht. So, ich bin dann auch mal fertig gemacht, Haare geschminkt. Ich habe den Abwasch gemacht, ich habe das Bad gestaubsorgt, ich habe ihn mal aufgeräumt und jetzt muss ich eben noch den Rest Wäsche hier abnehmen. Und ja, die nächste Wäsche ist nämlich in einer Stunde auch fertig. Ihr seht ja, wie sie sich dreht. Ich habe auch schon einen Vorschlag von Siri bekommen, dass ich doch meine To-Do-Liste mal angucken sollte, weil ich die heute noch nicht geöffnet habe. Sehr nett, aber ich musste erst mal alles hier im Haushalt machen und mich auch erst mal fertig machen. Aber ich werde auf jeden Fall dann gleich mal auf meine To-Do-Liste gucken. Wow, ich bin am vloggen und verpeile das irgendwie am Vormittag zu filmen. Jedenfalls haben wir jetzt gerade auch schon Mittag gegessen und ich habe dann tatsächlich mal meine To-Do-Liste geöffnet und gesehen, dass ich eigentlich nur zur Post muss, was ich dann nachher auf dem Weg mit erledige, beziehungsweise auf dem Rückweg. Und ansonsten waren das, glaube ich, Sachen von unterster Priorität. Auf jeden Fall haben wir 15.30 Uhr den Termin für die Besichtigung vom Betreuungsplatz. Ich werde ein bisschen eher losfahren. Es ist halt wirklich ganz nah hier bei uns, aber ich will jetzt einfach einmal mit dem Auto die Strecke fahren, weil ich mit dem Auto auch ungefähr weiß, wie lange ich halt brauche dahin. Und das zu Fuß jetzt noch gar nicht einschätzen kann und Fahrrad geht ja noch nicht, weil wir keinen Fahrrad-Kindersitz, also noch keinen Fahrrad-Kindersitz haben, wenn wir dann einen haben und sich das anbietet, dass ich da dann mit dem Fahrrad hinfahre, dann wird das auch der Fall sein. Auf jeden Fall, jetzt wollte ich jedenfalls sagen, jedenfalls werden wir dann da halt ein bisschen eher, aber trotzdem losfahren. Du kannst bald bei Mami auf dem Fahrrad mitfahren, wenn wir einen Fahrrad-Kindersitz haben, okay? Ja. Jedenfalls. Was wollte ich denn jetzt sagen? Und dann soll heute eigentlich noch ein Paket kommen und zwar das allererste Paket an mich, an diese Neuadresse. Ich habe auch erst vielleicht fünf Briefe oder so bekommen, aber ich hatte halt noch nichts so bestellt. Weiß ich auch nicht, ist halt, also ich habe bis jetzt, ich wohne jetzt schon über einen Monat hier und habe halt noch keinen, ist, also man bekommt ja auch Pakete manchmal, ohne dass man was bestellt, wenn zum Beispiel meine Oma oder so was schickt. Aber jedenfalls soll heute das Paket noch kommen. Da mache ich dann, wenn das da ist und wenn das nicht gerade dann kommt, wenn ich mit Carla bei dem Termin bin und ich das dann vielleicht erst morgen irgendwo im Paketshop holen kann. Aber auf jeden Fall mache ich dann, wenn, noch ein Unboxing. So, mein allererstes Paket ist angekommen. Keine Ahnung, warum ich mich da schon wieder so sehr drüber freue. Ich weiß, wie gesagt, jetzt selbst nicht so ganz hoch, was da drin ist, weil das eine Teillieferung ist. Und ich auch noch vergessen habe, was ich alles bestellt habe. Und zwar habe ich mir ein Geschirrtuchset bestellt. Und es ist so, dass bei Talia man ja nicht nur Bücher und so bestellen kann, sondern auch halt alles Mögliche, so Haushaltskram und so. Genau, das war es dann auch schon. Ich zeige euch das mal. Das ist, ich finde es total schön. Es ist zwar jetzt nicht rosa, es ist auch nicht, okay, das eine ist schwarz-weiß, das andere aber nicht. Aber ich finde es super schön. Muss mal gucken, wie rum das jetzt ist. Genau, das ist das eine. Was voll groß. Ich finde das total schön, keine Ahnung. Das andere ist auch übelst schön. Tada! Wir haben jetzt einen Tag später. Es geht gleich weiter mit dem Vlog. Ich vlogge bloß heute nicht. Aber ich habe gerade den zweiten, die zweite Teillieferung von Talia bekommen und zeige euch das jetzt einfach noch. Das erste ist für mein Arbeitszimmer. Oha, das ist voll schön. Das ist so ein Memo-Board mit so Clipsen. Ich habe auch noch meine extra Packung davon noch bestellt. Die gehören da auch dazu. Also sind genau die. Genau. Oh, voll schön. Ich freue mich voll. Das gab es auch noch in kleinem, in einem anderen Format. Aber ich fand das hier jetzt ziemlich schön. Und das andere ist, oh, das ist nicht eingepackt. Okay, das andere ist ein Kalender 2020 und 2021. Also praktisch so, naja, wie halt das Schuljahr bzw. das Studienjahr. Also ab jetzt Wintersemester und dann Sommersemester. Genau. Dann geht es jetzt weiter ganz normal mit dem Vlog. Und ja, da war jetzt eine Einblendung aus der Zukunft. Es ist richtig schön warm. Ich habe zum Glück jetzt auch einen Parkplatz gefunden. Ich muss noch eben die Parkuhr einlegen, wenn ich sie finde. Da. Wir besichtigen jetzt den Betreuungsplatz. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Freust du dich auch? Mami, in einen Kindergarten gehen. Gehen wir jetzt in den neuen, in vielleicht deinen neuen Kindergarten? Mami, Kindergarten rein gehen. Ja, da gehen wir jetzt rein. Muss mal gucken, wie ich den Kalender rauskriege. Hier ist übelst eng. Aber ansonsten hole ich ihn hier so mit bei mir durch die Fahrertür raus. Wir sind wieder da und haben natürlich wieder vergessen zur Post zu fahren. Und jetzt ist es nach 17 Uhr. Keine Ahnung, ob die Post bestimmt hat. Hier noch irgendeine Post offen. Jedenfalls werden wir das morgen erledigen mit der Post. Das eilt jetzt auch nicht. Jetzt ist der Kalb weg. Aber wir werden nämlich morgen nochmal da hinfahren und den Betreuungsvertrag unterschreiben. Es war jetzt alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und an der Stelle möchte ich das Video beenden. Ihr seht, ich bin hier am Laptop. Ich bin nämlich gerade beim Schneiden und habe festgestellt, ich habe gar kein Ende mehr gedreht. Was ich tatsächlich noch bestellt habe, aber nicht noch mit geunboxed, weil es noch später dann kam, ist diese Federtasche hier. Weil einfach die Federtasche, die ich besessen habe, kaputt gegangen ist. Genau. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich verlinke das letzte wie immer unten drunter. Und ja, bis zum nächsten Video.